So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf einem Event, das es so seiner Art glaube ich in Deutschland noch nicht gab. Und zwar Marcel, The Voice of Race, ihr kennt die bestimmt Sprecher von den ganzen Renn-Events, macht heute ein 10k Cashday. Das heißt, es gibt tatsächlich 10.000 Euro zu gewinnen, die auf die ersten vier Plätze aufgeteilt werden. Es sind 32 Starter, K.O. System wird gefahren, Achtelmeile, das heißt relativ kurze Strecke und es gibt keine Ampel, sondern das ist amerikanischer Style, kennt man hier von den Street Outlaws aus dem Fernsehen. Marcel, denke mal er wird es machen, staget die Autos rein, immer erst das linke, dann das rechte, dann geht er weg und irgendwann reißt er seine Lampe hoch und das ist das Startsignal. Das heißt, man hat keine Chance, sich vorzubereiten und weiß halt nie so richtig, wie es losgeht. Wir sind heute mit dem X-Bo da. Marius und Joni stecken gerade noch schnell die Slicks drauf hinten, die eigentlich von der Limo sind. Eigentlich realistisch gesehen sind wir mit dem Auto chancenlos, aber dabei sein ist alles. Und was mit dem X-Bo ganz gut klappt, dadurch, dass er so leicht ist und so einen kleinen Torolader hat, dass das Auto schnell losfährt. Also von der Reaktionszeit werden wir mit dem Auto auf jeden Fall gut dabei sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren immer nach Pachim. Riesenflughafen. Extrem geil, dass es jetzt solche Events schon in Deutschland gibt. Und 32 Starter, K.O. System. Das heißt, das sollte auch relativ zügig gehen. Und mal gucken, wer am Ende das Rennen macht. Ja, wir werden auf jeden Fall die Luft hinten noch ein bisschen ablassen. Und viel mehr können wir uns eigentlich auch gar nicht vorbereiten. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir vielleicht vor dem Start noch den ein oder anderen Teilnehmer ranziehen können, der auch mitfährt. Oder währenddessen mal gucken, vor Start. Und ich freue mich, ob ich bin. Also, das Problem ist, wir sind doch keine 32 Starter, sondern nur 18. Marcel und Individualtuning haben aber den Pott trotzdem vollgemacht. Also es gibt das gleiche Geld zu gewinnen, obwohl es nur 18 Starter sind. Jetzt ist es natürlich bei 18 K.O. Systemen schwierig. Jetzt haben sie sich aber gerade ein Konstrukt überlegt, wie wir trotz nur 18 Starter es am Ende aufteilen können. Weil theoretisch 18, 9, 9 durch 2 geht nicht. Deswegen gibt es jetzt noch eine neue Methode. So, pass auf. Wir machen den Start. Genau hier, wo die Appel steht. Das heißt, wir gehen mit dem Start. Nicht da, wo die PKWs gestartet sind vorhin, wo ihr auch gestartet seid, wo ihr gemägt habt. Da war die Traktion relativ schmal. Gehen wir jetzt 10 Meter nach hinten. Wir starten jetzt genau hier ungefähr, wo die Ampel ist. Das heißt, da, wo es schon Gummi und Kleber ist. Also, wo ihr merkt, wo es gut ist. Ja? Wir ziehen nachher hier gleich die Bieke. Die rechte Bahn wird immer zuerst eingestagt von hier. Das heißt, ich hole euch mit der Hand ran. Ihr rollt vor. Wenn ihr schon in der Lounge vorrollt, ist mir das bumpe. Ihr rollt aber vor und dürft euch nicht zu lange Zeit lassen. Das heißt, ihr seht zu, dass ihr ein bisschen zügig kommt, wenn mir das länger zu lange dauert. Das heißt, wenn ihr fünf Sekunden da vorne erstmal steht, Lounge, und dann Stück für Stück vorkommt, dann muss ich auch irgendwas sagen, ist Ende im Gelände. Ich meine, das macht keiner von euren Autos mit. Weiß ich. Aber es soll laufen. Ich ziehe die rechte Bahn zuerst immer rein. Grundsätzlich. Dann hole ich die linke vor. Ihr habt euch das Zeichen, wenn ihr stehen bleiben könnt oder stehen bleiben sollt. Und sobald ich den linken eingestagt habe, gehe ich zurück und mache das Licht an. Und dann wird gestartet. Wir haben hier vorne genug Leute. Also wir haben sowieso oben die Kameras. Das ist alles überwacht hinten im Ziel. Wird jemand sitzen und zusätzlich steht dort eine Kamera, falls es zu eng werden sollte. Ja? Wir fahren ja nicht nach Zeit. Und ihr startet bitte erst. Nicht, wenn ich zurückgehe und den Arm hebe, sondern erst, wenn das Licht leuchtet. Also du kannst doch mal... Da kannst du ruhig zehn Sekunden fahren. Das ist ja... Ja, okay. Es ist halt, ich bin keine Maschine. Das heißt, ich brauche auch mal eine Sekunde länger oder eine weniger. Nochmal. Rechte Bahn wird immer zuerst eingestagt. Rechte Bahn rangeholt, stehen bleiben. Linke Bahn ranholen, stehen bleiben. Bis ich sehe, dass ihr an der Linie steht. Geht zurück, starten. Wer sich bewegt, wenn das Licht noch nicht an ist, ist desqualifiziert. Wer über die Mittellinie fährt, ist gut zu erkennen. Die Mittellinie ist gut zu erkennen. Verliert. Wer über die Linie fährt, fliegt raus. Wenn wir in der zweiten Runde sind, kommt ihr alle wieder nach vorne. Wir losen die nächsten paar Runden wieder nach. Das heißt, wir fahren hier kein Sportsman. Ja, wir fahren hier kein Reglement runter. Wir machen das wie auf der Straße. Ja, ich werde grundsätzlich sowieso mit der Hand immer anzeigen, ich bin mit Funk verbunden, welche Bahn gewonnen hat. Ich gebe euch eine halbe Stunde, fünf vor halb sechs. Klärf hast du? Fünf vor halb sechs möchte ich die erste Fahrung stehen haben. So, wir haben den Veranstalter gefunden, Marcel. Hi. Vielen, vielen Dank für dieses krasse Gewinn. Mega geil. Gerne. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Einfach nur geil. Endlich mal K.O.-System. Ballern, fahren. Es gibt was zu gewinnen. Und ich hoffe, das geht alles gut. Boah, das hoffe ich auch. Bist du ja aufgeregt bestimmt, ne? Mega aufgeregt. Ich konnte die Nacht nicht schlafen, ich bin auf den ganzen Tag hier wie ein aufgescheuchtes Kaninflisch in die Gegend. Das ist, ähm, ja, es ist sehr schwer. Vor allem, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wenn es dann erst mal um Geld geht, dann wird es auch immer spannend so, ne? Dann werden die Leute alle ein bisschen, ein bisschen angespannter und, äh. Genau so ist es. Genau so ist es. Es ist halt nicht dieses einfache, ich fahre nur runter, ich kann einen Pokal gewinnen. Ja. Sondern klar, es läuft alles offiziell. Aber nichtsdestotrotz, die Leute können hier Geld gewinnen und das nicht wenig. Es sind immerhin 10.000 Euro. Ähm, und da bin nicht nur ich angespannt, sondern tatsächlich gibt es Fahrer hier, die tatsächlich gewinnen wollen. Naja, glaube ich, glaube ich. Ja, nicht nur zeigen, dass sie schnell zu Autofahren sind, sondern auch gewinnen wollen. Ist das das erste Mal, dass du das so machst? Ja. Also doppelt aufgeregt? Doppelt aufgeregt. Wie das gleich so funktioniert. Doppelt. Ich habe zum Glück auch noch die Eins gezogen, also ich darf als allererstes starten. Ja, es ist auch der erste Cash Day in Deutschland jetzt und wir hoffen, dass wir da weiter dran anknüpfen können. Ja, dann schon mal vorab vielen Dank für das Event. Ich denke, gleich geht's rund. Danke und sehr gerne. Macht's gut. So, wir haben unseren ersten Gegner hier gefunden. Für heute. Wir haben ja die Ehre, gegeneinander zu fahren. Wahrscheinlich relativ chancenlos, weil... Das glaube ich nicht. Doch, wie ich gerade gehört habe, saftige 1.000 PS mehr. Ah, aber wahrscheinlich auch viel schwerer. 800 Kilo, ja. 800 Kilo wäre das Ding nur, ne? Aber es geht ja nur ums Fahren heute, ne? Von daher. Ist es. Wir schauen mal. Pass auf, wir haben hier glaube ich das einzige Auto hier mit einem Billetblock, ne? Ja. So, wenn ihr da unten einmal reinfilmst, siehst du diesen schönen gefrästen Block. So, sag nochmal in ein, zwei Sätzen kurz was für den Mordlip. Fünfzylinder S2 Coupé? Ja, äh, nein. Das ist ein 2,8 Liter V6 Coupé gewesen. Ah, cool. Aus dem Grund, weil es von Haus aus 150 Kilo leichter ist wie S2 Coupé. Oh, wodurch kommt das? Durch die ganze Verstrebung vorne im Fußraum und vom Heuven. Aber brauchen wir doch nicht. Nö. Ähm, ansonsten 2,2 Liter Fünfzylinder Turbo. Ja, ja, ja. Und halt als Billet. Wir müssen unbedingt, das werden wir heute alles gar nicht hinbekommen, ich wollte unbedingt ja mal ein Video zu dem Auto eigentlich auch ganz gerne machen, weil da ist ja schon Technik, eigentlich alles was geht drin. Ja, und dann dash alles von dir. So, Technik, alles was geht, trocken so, alles gefräst, volles Programm. Bis auf Zylinderkopf. Der ist leider noch nicht fertig. Ja, aber trotzdem ist schon die Oberliga so, ne? Und, äh, nee, da müssen wir auf jeden Fall in Ruhe nochmal drauf eingehen. Ähm, wie startest du mit Lounge, ohne Lounge, bestätigst Geheimnis? Ja, ein Mist, volles Programm, alles was geht. Hm, okay. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen. Witzig ist, ich natürlich offen werde wahrscheinlich gar nichts mehr hören, in dem Moment, wenn ich in dem Auto dritte. Ne, du startest jetzt hier auch rechts und ich links, dann hast du auch noch den Ausdruck auf deine Seite. Volles Ballett, aber ich hab jetzt einen guten Helm auch, ne? Von daher wird das schon. Ja, denke auch. Was für eine Zeit bist du heute schon gefahren? Ähm, 10.3 mit 247, kann man auch filmen, meine Damen. Oh, so flott, ja. Ja, aber ich stehe ja im ersten Gang halt nur auf dem Fleck. Mhm, also Traktion noch suchen. Ja, andere Reifen, ne? Wie lange hast du das Auto schon? Also fertig jetzt vier Wochen. Und das erste Event heute. Und dann noch als erster starten, also alles richtig gemacht. Nein, cool. Ich würde sagen, let's go. Wir lassen uns überraschen. So, das war Lauf Nr. 1. Leider schon raus. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich glaube, eigentlich hatten wir im Vorfeld besprochen, dass die rechte Bahn zuerst eingestaged wird. Deswegen hab ich auch die rechte freiwillig ausgewählt, ne? Wurde dann aber andersrum eingestaged, dass er schon mit der Launch die ganze Zeit stehen konnte, ne? Weil ich hätte halt mit dem X-Bow nur diesen Vorteil gehabt, rot-geräusche wegzukommen. War aber trotzdem geil. War, glaube ich, auch trotzdem noch recht knapp, ne? Ja. Und das ist Motorsport. War, glaube ich. War, glaube ich. So, jetzt gibt's schon die ersten Diskussionen. Äh, der C, das hat wohl einen Frühstart gemacht. Jetzt wird nachträglich ein Videobeweis eingefordert. Komm, fahrt nochmal. So ein bisschen ja schon wie die Champions League, ne? Ohne Scheiße, das ist gar so. Das ist einfach nur geil. Ja, aber darf ich nicht vergessen, das ist halt das erste Event, geht's wieder um Geld, ne? Es geht nicht bis um Zeit, es geht um Geld. Und dann ist es natürlich auch, wo, dass es um 500 oder 5.000 Euro geht, ne? Ja, natürlich. Also, laut dem Video würde ich sagen, war kein Frühstart, aber... Man sieht halt nicht, wenn die Lampen hoch ist, jetzt, ne? Na, mein Programm, ich stammt wieder hin. Der Armgeher hat gegen den Quadrol gewonnen. So, da haben wir den Ziel. Die Liga auf jeden Fall von eben gerade. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Kamera ist ja zum Glück dran geblieben, weil ich dachte, du hältst wieder bis ganz hinten auf. Ne, ne, fahr nur 8 Meile. So, aber alles geklappt. Also, von außen hört sich extrem sauber, extrem geil an. Hat auch soweit von innen aus sauber alles gepasst. Man hat von außen richtig gesehen, wie du dir die Zeit überlegt hast, fange ich jetzt an zu launchen. Und ich, warte, 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 warte. Wenig Hubraum, ich muss halt mit Drehzahl, dass der Lader schon ein bisschen da ist. Diesen Lauf wird es anders aussehen. Jetzt muss ich rechts starten. Aber, wir hoffen, dass es bestätigt. Wie sah es hinten im Ziel aus? War Stoßvorsprung, ne? Ich habe keinen Gegner nirgends gesehen. Also, ich hätte ja auch gesagt, es waren locker 30, 40 Meter. Ja, Gott sei Dank. Kurz zum Auto. Golf 2, 16V. 1,8er, 2 Liter? 2 Liter. 2 Liter. Leistung ungefähr? 900. 900, aber das Krasse ist, auf Sprit. 102 Oktan, ja. Und ohne Wassermethanol, ohne alles. Einfach nur Tankstellen, Sprit. Wir waren vorher noch tanken. Erwachsen, auch hergefahren. Ja, das wäre mir am liebsten, ja. Aber sonst läuft es schön sauber, passt alles. Alles gut soweit bis jetzt, ja. War wirklich der erste Lauf, den wir heute gefahren sind. Ohne Training, ohne alles. Ich habe nur was probiert mit Schiffkat. Das hat nicht funktioniert, dann habe ich es wieder geschrieben, wie es war und fertig. Glückwunsch noch mal zur 8, 7 und Zerbs vorletzte Woche. Ja. Warst du selber, glaube ich, ein bisschen fassungslos kurz so ungefähr? Hast du auch nicht mitgerechnet, ne? Ich habe auch nichts gecheckt. Wir hätten uns gefreut über eine 9, 2 oder eine 9, 3. Das ist eine 8, 7, wort hätte niemand gedacht. Aber ich glaube, der Moment ist für so einen Fahrer, wenn man seit Monaten, Jahren so ein Auto baut, unbeschreiblich wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Wenn du dann zurückkommst und da eine 8, 7 steht. Es hat, ja, vor allem, ich hätte nie mit diesen Sprüngen mehr gerechnet in dieser Zeit, in dieser Zeit einfach bei 8 oder 9 Sekunden. Und da hast du dann doch noch mal 7 Zehntel, hupftisch, krank, ne? Ja, ich drücke dir auf jeden Fall weiter in den Daumen heute. Vielen Dank. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das modernste und teuerste Auto im Startup. Das ist der Fall hier. Cooler in so einem Auto ist natürlich, der startet immer gleich, ne? Der hat eine perfekte Launch Control und springt natürlich einfach nur nach vorne. Ja, wie ich vermutet hatte, Mercedes springt nach vorne, aber hat Julian tatsächlich oben raus noch mit Leistung wieder reingeholt. Klasse Sache. So, das sind jetzt die Halbfinale schon. Das heißt, jeder, der jetzt gerade startet, hat schon 1.000 Euro sicher. Die beiden Verlierer fahren den Platz um drei nicht aus. Die sind dann quasi raus, weil dritte und vierte Platz kriegt eh 1.000 Euro fertig. So, das heißt, jetzt geht es um die Wurst. Was ist ein paar Blüten hier? Also, der oben raus ist der Golf viel, viel, viel schneller. Das heißt, wenn der Start ein bisschen schlechter ist, kann der Golf schon wieder aufholen. Aber, das ist halt hier V8-Hackantrieb, die sind vom Start her eigentlich ziemlich zuverlässig, sage ich einfach mal, ne? Also, ich würde tendenziell sagen, äh, eher Ami. Der Ami ist besser gestartet, aber ich glaube, das war nicht so alles, was geht, Start, sondern der sah ziemlich langsam oben raus aus, ne? Grat. Ah, ist richtig Spannung hier. Mega. So, das war Sieg für Julian mit offener Ellklappe. Die ist glatt beim Start aufgesprungen, aber muss man sagen, startet echt sauber. Das Ding lauf für lauf. Ja, das war das Halbfinale. Finale Julian gegen den Golf 1. Hier haben wir die beiden Finalteilnehmer. Golf 1 gegen Golf 2. Witzigerweise beides Vierzylinder. Einmal ein Fünfventiler, ein 20V und ein 1.8T. Und einmal ein 16V. Da hat sich auf jeden Fall einer mit Titan ausgelassen. So, auf jeden Fall auch extrem schön gebautes Auto. Alles sauber. Auch Quave-Getriebe drin. Haben beide Autos. Ist ein sequentielles Getriebe. Das heißt, die ziehen nur noch am Hebel. Und nutzen die Kupplung nur noch zum Starten. Also wirklich, kann man so sagen, wird spannend. Ich würde mal sagen, fast Chancengleichheit. Weil ähnlicher Motor, ähnliches Gewicht, ähnliches Getriebe. Ich denke mal, da kommt es am Ende wirklich auf den Start drauf an. Ich denke mal, da kommt es an. Das ist einfach Mögen. Ich denke mal, da kommt es an. Und dann einfach mal. Das ist einfach Mögen. Ich denke mal. So, Finale, Julian gewonnen. Glückwunsch unsererseits, Wolf 2 Power, Vierzylinder, warm, wenn ihr das schätzt. Ich bin mal gespannt, wir hatten eine Kamera auf ihn gerichtet im Innenraum, der wird bestimmt gerade so richtig, richtig gefeiert haben. Und es muss für ihn bestimmt auch ein geiles Gefühl sein, das Ding hier zu gewinnen. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir ihn gleich erwischen, wenn er mit dem Auto direkt zurückkommt. Ja, Mann! Ja! Du hast ihn gut gemacht. Du würdest dich wahrscheinlich so richtig gefeiert haben werden. Ja, das ist krank. So, das war der erste 10k Cash Day, fassend zum Sonnenuntergang. Ist für heute Feierabend. Wir haben den Sieger ausgefahren. Ein paar Jungs gehen jetzt mit ein paar Euros in der Tasche mehr nach Hause. Und ich würde sagen, hammergeiles Event. Nächstes Jahr absolute Pflichtveranstaltung. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und wir kommen hier aufs nächste Jahr. Wögen Sie den letzten Fests hier in Deutschland. Julian Herrmann-Weier! Wögen Sie? Wögen Sie? Ja, wohl, ja! Ja, wohl, ja! Wögen Sie? Wögen Sie? Wögen Sie? Ja, wohl, ja! Sie gehen Sie auch lassen, Walmauern! Ja! Ja, wie cool.